Im Gesundheitswesen gibt es ein Ort, wo du ohne Termin direkt hingehen kannst. Weißt du wo? In die Apotheke. Ich meine, die Apotheke ist ein Wohlfühlort. Man kommt da hin, da sind nette Menschen, weißen Kitteln, ganz viele Döschen, Pillen, Erkältungstees und natürlich die Apothekenumschau und andere Zeitschriften. Aber die Apotheke kann sehr viel mehr. Ich sehe die Apotheke der Zukunft für dich als hybrider Ort. Hybrid, weil du dort hingehen kannst, dich beraten lassen kannst, empathisch, face to face. Aber auch ein Ort, wo du eine Apotheke digital als smarter Patient ansteuern kannst, dort zu Nebenwirkungen Fragen stellen kannst, dort auch direkt bestellen kannst. Und das wird dir mit Botendiensten, die Intelligent, mit künstlicher Intelligenz binnen kurzer Zeit dir dein Medikament nach Hause oder am Urlaubsort oder wo du gerade bist senden können. Und ich glaube, das ist ein großer Benefit für dich als smarten Patienten, einen Akteur zu haben, der sehr nah an dir dran ist, wo du direkt hingehen kannst, der dich berät in Gesundheitsfragen, in digitalen Devices, wie zum Beispiel einer Smartwatch, welche App ist gut, wie mache ich das in Zukunft und ganz vielen anderen Themen, um vielleicht sogar einen Arzttermin zu sparen. Das ist smart. Und ich glaube, als digitaler Patient, als smarter Patient solltest du nett zu seinem Apotheker sein, denn der ist sehr nett zu dir und wird dir auch in Zukunft zur Seite stehen.